So, hier bin ich wieder mit einem neuen Part. Ich mache es jetzt halt so, dass ich die Minute, äh, eine Minute lang mache und, äh, so, jetzt habe ich mich hier freigekämpft wieder. Wir haben die Nacht jetzt überstanden. Ähm, minütlich mache, also eine Minute lang und halt täglich eins hochlade, weil irgendjemand meint, ja, die Parts sind viel zu lang. Und dem möchte ich damit jetzt entgegenkommen. So. So, dieses schöne Haus ist natürlich gut zum Übernachten, jede Nacht, aber es sieht nicht schön aus. Und deshalb liegt es jetzt an mir, dieses Haus zu verschönern. Ich nehme jetzt übrigens irgendwie ein paar Minuten auf und dann zerschneide ich das in einem Minute Part. So, hier mal eine schöne Terrasse vorne dran basteln. Innen, naja, innen müssen wir das dann auch noch größer machen. So. Machen wir hier so lang und verwenden das mal mit dem Land. Zack, 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 zack. Zack, 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 so.